...Wenn man das so weiterlaufen würde, dann geht es bissehlich... Und der Mieting-Rekord ist natürlich auch der beiste Rekord. 1,25,45. Wir können jetzt schon mal anfangen. Lackt euch ein, kommt. Lea Strummer, Mitte im Häschen-Vorkeleck. Dann für Nina Hüfte, das ist Nina Herding. Hüfte und Herding, wie endet es nicht mal. Es geht 1 zu 1 zwischen den beiden, 57,0. Hüfte und Herding, wie endet es nicht mal. Hüfte, Herding, der kommt da hinten noch. Ja, Nina Föhn, sehr gut dabei. Jetzt kommt uns wieder Herding, die deutsche Meisterin. Wir wünschen das Spiel mit 2006. Das ist jetzt die Frage. Herding, ist wieder Herding. Sie ist wieder Herding, 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 sie ist wieder Herding. Wir wünschen wir heute 1,568. Und damit steht jetzt 2,1, die es wieder Herding bringt.